willkommen zurück eine neue folge halfstone im söldner modus und ich habe mir gedacht wir machen das jetzt ein kleines bisschen anders was unsere heroischen kämpfe anbelangt ich habe hier das schon mal ein bisschen vorbereitet und denke mir gerade was den schwarzfels und die bisher schon bekannten kopfgelder angeht interessiert euch vielleicht nicht ganz so mit den trash mobs sondern ihr wollt lieber die bosse sehen deswegen werde ich die bosse jetzt schon mal so vorbereiten dass ich die trash mobs einfach durchziehe ich zeige euch aber trotzdem meine wege hier hatten wir zum beispiel einen zwei elite gegner haben sogar ohne einen toten die besiegen können und haben dann das endportal nutzen müssen was uns direkt zum endboss bringt das heißt wir haben auch nur drei schätze gibt bekommen und die gucken wir uns hier mal an genauso wie mit der genauso wie die kombination ich habe hier karriere mit der brustplatte dann hat garage segen des häuptlings und xyrella hat kriegsbanner der allianz das sind meine drei boni und ich dachte mir bei chromagos weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr was er konnte ich weiß noch eins dass er jede runde irgendwie sein status wechselt also von dem neutralen hier geht er auf einen anderen auf eine andere farbe und hat damit schwächen oder vorteile und ich dachte mir wir nehmen halt unsere teams um hier richtig gut performen zu können mal gucken wie es funktioniert wir gehen einfach ein in den kampf und schauen mal mal sehen ob man besiegen können wenn nicht wissen wir zumindest was er jetzt kann und können dann in der nächsten folge so richtig reinhauen ok 40 angriff 550 lebenspunkte 40 angriff ist ganz schön viel wir können ihn nur 12 abziehen also hat er immer noch 28 ok er ist ja jetzt sind nicht ganz so stark ich würde garage mal rein geben freil und xyrella mit denen fangen wir mal an so dann schauen wir mal er greift den feind an erhält zuerst plus sechs angriff wenn dieser söldner in diesem zug schaden erlitten hat ja das wird passieren wir kriegen drei weniger der mitsch und dann schauen wir mal wie viel der mitsch wir machen können er wechselt zu blau das jetzt nicht ganz so gut besonders er ruft noch zwei von den drachen mit herbei wir könnten sport machen oder leben wieder herstellen was machen diese chromatischen drachen ist so die frage jetzt natürlich ne greifen die direkt an also hier machen wir auf jeden fall das blendende licht wir haben die 55 und 35 angriffskraft ok 46 angriff hat er mittlerweile das ist halt sehr sehr viel gut wir machen den schlachtzug vielleicht treffen wir ja so einen chromatischen und hauen den schon mal ein bisschen runter mal gucken das war's ja er greift den anderen an fall ist jetzt leider drauf gegangen ok ich wüsste was diese chromatischen drachen machen jetzt ist die rot ist er rot geworden wir gehen mal auf ok er macht die raserei und die machen akane geschosse und raserei ok die arkanen geschosse sind natürlich nicht schön für uns er würde mit seiner raserei rokara wahrscheinlich one shotten deswegen müssen wir eigentlich den hier killen ihn verringern und mit ihr wie oft setzt sie das ein dreimal das müsste ausreichen das war's für jeden anderen org nee dann setzt es nur zweimal ein zweimal reicht glaube ich nicht aus das sind 24 48 damage hier erhält sie 5 angriff wenn man den weiteren ork kontrollieren das reicht alles nicht gut aber wir machen es trotzdem mal so er greift ihn an ok 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 jetzt wird er blau das wäre ein guter zeitpunkt für unseren bling meister der ist halt ziemlich am schwächeln ich glaube ich muss irgendwas nehmen was keine direkten angriffe verursacht ihr seht wie viel damage wir hier abkriegen 141 jetzt ist er grün jetzt ruft er wieder diese drachen herbei wenn er jetzt die drachen ruft könnten wir ihn nochmal buffen er kann mit dem spiegelbild ihm ordentlich einheizen oder wir machen es andersrum wir machen für sie spott dann kann sie im nächsten zug ihm richtig schaden drücken machen jetzt die wirbelnde klinge wie viel schaden könnte er bekommen das ist jetzt so die frage wenn wir hier 14 der match machen dann hat er noch 127 mit dem spiegelbild während das das kriegt ja plus zwei angriff einmal 36 da kommt er auf 91 glaube ich ja und sie kriegt ja nochmal sind 34 die macht ja im nächsten zug nicht doppelten schaden weil er wieder sein element wechselt ok das heißt an sich wäre es ja ich würde aber trotzdem gern den spott haben dass die das abfangen kann das heißt wir machen das spiegelbild oder machen wir jetzt die wirbelnde klinge komm wir machen die wirbelnde klinge dann damagen wir zumindest schon mal diese chromatischen die müssten jetzt wahrscheinlich grün sein ja ok jetzt ist er blau was machen die ketten blitz und ketten blitz ok die problematik ist dass er so viel angriffskraft hat hat halt immer noch 40 dass er das nicht aushält er greift einen feind halt an das würde sie töten wir müssen ihn angreifen mit ihr werden wir einen schon mal töten und sie heilt sich ja wieder hoch so und hier hilft alles nichts hier müssen wir erstmal das spiegelbild holen das war gut dass er den angegriffen hat so ist nämlich unser kariel am leben geblieben der boss ist gestorben und das müsste doch jetzt ausreichen um ihn zu besiegen ja wir haben sie uns eigentlich mit unserem setup und nötig schwer gemacht weil der ein guter counter gegen physische angriffe ist ui 51 da sind wir gleich mal im nächsten level vom gasthaus passt mit drin aber wir haben eine besiegt chromatisch herr ruhig also sehr gut mit castern bestimmt besser besiegbar könnte ich mir vorstellen muss man müsste man mal ausprobieren ok im ersten versuch chromatisch herr ruhig bezwungen ja und dann fehlt nur noch einer und das ist nefarion der kommt dann in der nächsten folge wir gucken gleich mal beim gasthaus pass was der uns gebracht hat und der bringt uns hier eine kartenpackung aus schloss nadria ich denke wir können dann auch irgendwann mal hier ähm das sind eine menge kartenpacks die wir hier zum öffnen haben könnten wir auch irgendwann mal öffnen ähm vielleicht mal in einer der nächsten folgen wenn man schwarzfels herr ruhig abgeschlossen haben oder so ich hoffe euch hat diese folge gefallen und ihr seid auch in der nächsten folge wieder mit dabei wenn wir hoffentlich dann nefarion angehen können auf dem heroischen schwierigkeitsgrad im schwarzfels bis zum nächsten mal ciao